Ich bin hier an einem Stand, der Lotz Minis hat. Und zwar Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Lotz Mini, die normalen Standardsteine, ein Viertel kleiner. Die haben hier Sachen, das ist unglaublich. Wer will, kann ganz viele Fahrgeschäfte aufbauen, die funktionieren sogar. So, jetzt soll es gehen. Das dreht sich, die Pferde hüpfen auf und runter. Hier ein Miniscooter. Fahrzeuge bewegen sich. Flipperkasten. Sogar eine Achterbahn im Mini-Style. Eine Burg mit Mini-Steinen. Das große Baumhaus. Ich finde die Mini-Steine klasse. Hier mal eine andere Version der Titanic. Kleine Häuser mit Schnee für den Winter. Da bewegt sich auch. Wahnsinn. Ich hoffe, wir können den Kontakt gut knüpfen, dass wir euch im Bricks Haus auch bald diese Lotz Minis zeigen können. Gut, der Witw mit. Vielen Dank. Mara. Amen.